Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Mannschafts-Video! Was geht, Leute? Was geht mit Alpha? Was geht? Hä, warte mal, warte mal, einfach bevor wir anfangen, Alter. Jure, was hast du für eine Base da, Alter? Die, die mir zusteht, Ente. Hä? Junge, Alter! Was ist das für eine Base? Du bist einfach voll... Jetzt hast du mehr erarbeitet. Was für erarbeitet, Alter? Die ist voll aus Shade, Junge, Alter. Hä, Alter, die ist voll aus Shade, Junge. Es ist komplett aus Shade. Junge, Alter, das ist mein 1-Million-Ambuletten-Special. Junge, man treibt, Alter, also guck dir mal meine Base da. Die ist einfach aus Dirt, Alter. Die 200.000-Ambuletten-Base sieht so aus, okay? Junge, Alter, ey, die ist einfach aus Dreck, Leute. Die ist halt einfach aus Minecraft-Ehren, Alter. Und der hat einfach eine Shade-Base. Und zwar, Leute, spielen wir nämlich heute Minecraft Lucky Block Bad Wars, Alpha-Side-Reiche-Base versus Ente-Arme-Base, Leute. Ihr seht ja so nicht, ich hab heute die Arme-Base. Alpha hat einfach die Reiche-Base. Ich geh mal ganz kurz in den Game und ich zeig mal, was du im Shop hast, so, Leute. Und zwar, ey, Junge, was machst du da so, Alter? Boah, der Farb ist einfach so, ey, Junge, ich zeig grad noch die Web-Rücknis. Und zwar, Leute, ihr seht ja bei Alpha, Alpha hat die Reiche-Base. Das heißt praktisch, der hat auch hier Lucky Blöcke. Der hat Mix drin, der hat Clays drin, der hat Blural da, der hat Shade da, Leute. Richtig krasses Zeug. Und außerdem hat er auch gute Spitzhacken mit Glück und so, also die Alpha-Pick-Axel. Und bei mir, Leute, guckt einfach rein in den Shop. Wir haben einfach nur den Arrow, Lucky Block, Phantasia, Bad Wars. Und der Beste ist einfach der Judo-Lucky Block, Leute. Nur schlechtes Zeug. Und ich hab einfach nur Eisenspitzhacken. Das heißt, ich bin ewig da und Arrow zu weinen, Leute. Wir sind heute wirklich richtig arm in Lucky Block Bad Wars. Und Alpha ist richtig reich, Leute. Weil viele mal geschrieben haben, dass ich immer das Reiche hatte. Aber jetzt hat Alpha das Reiche. Was geht? Was geht? So, bist du bereit, Alpha? Ja, bin ich. Ey, Junge, Alter, ich baue fast meine ganze Base ab. Die ist einfach auch stört, Alter. Die kann man einfach so einfach abbauen, Junge. Alter, Junge, ich muss... Komm, jetzt soll ich fahren, Alter. Ich muss in die Mitte, Leute. Ich muss unbedingt Arrow-Farm. Alpha-Spitzhacken macht einfach auch so viel Damage. Junge, du bist schon da, Alter. Alter, Alter. Oh, wieso bist du schon da? Komm, bereit, ich bin, Alter. Hey, geh aus der Mitte raus, bitte, Alter. Junge, du farmst so viel, Alpha. Bitte, du bist auch. Ich kann nicht wollen, ich bin. Nein, bitte, bitte auf Gnade, Junge. Ich hab die arme Base. Also, ich hab gar kein Geld, Leute. Ich bin so arm. Ja, bitte lass mich fahren, Alter. Ey, Leute. Ey, das dauert so lange, da kommt einfach ein Emerald raus. Das ist ja ewig. Also, bis ich hier irgendwas hab, Leute. Ich muss heute einfach mit so wenig Geld durchkommen, Alter. Was? 52 Stück, was vielleicht dafür braucht ihr zu farben? Äh, guck mal, was ich hier hab, Alter. Was? Was? Ey, was hast du, Alter? Hey, Shade-Nucky-Block, okay. Alter, nein. Oha. Oha, Shade. Was? Jure, Alter, deine Base ist so übertrieben, Jure. Das ist doch mehr Shade und Shade und Shade, Leute. Und ich hab einfach gar nichts. Ich bin einfach der arme Schlucker hier. Jetzt höre ich mal den billigsten Lucky-Block, Mixed Lucky-Block. Jure, der Mixed Lucky-Block ist einfach dein billigster, Alter. Ich bin immer noch am Farben, Alter. Ich bin immer noch am Farben, Alter. Nein. Ah, was geht? Geh runter, Alter. Geh nicht weg, Alter. Shade ist weg, Jure, du Zombie. Hier ist der Zombie. Oh nein, guck mal, seine Base ist. Hä, was? Alter, nein. Wie soll ich den wegbekommen? Alfa, der kommt. Jure, wie soll ich den wegbekommen, Alter? Wenn der kommt, bin ich drauf. Bitte, hilf mir, bitte. Bitte, ich bin ab. Hilf mir, bitte, bitte, Alfa. Äh. Oha, auch für teuer. Warte mal, was habe ich da noch? Phantasien, kann ich auch noch vier nehmen? Und Eric gönne ich mir auch noch welche, Leute. Was geht? So, ich mach dir jetzt mal auf. Oha, Alfa, du farbst einfach wieder. Ich brauche ein bisschen Kohle wieder. Jure, mal treib, Alter, Alter. Jure, du hast so viel Geld und so krass. Ich habe hier einstück, Ente. Ich hau wieder ab. Ey, wie soll ich denn das gewinnen, Leute? Es ist einfach viel zu krass, einfach. Gar nicht, Ente, gar nicht. Ey, Junge, Alter. Hey, jetzt gar nichts in der Kiste. Wie low ist das? Du hast einfach nur Loop-Lucky-Blöcke. Ja, Mann, ich weiß. Ich muss hier rauskommen aus der Base. So, nice. Ich habe echt eine gute Spitzsacke, glaube ich. Was geht? Wo bin ich denn? Ey, was geht? Oha. Junge, ich habe Brains einfach. Ey, lass mich rum. Ich low bleibe, ey. So, warte. Oha, Alter, was habe ich da? Junge, Alter, was ist das für Zeug, Leute? Alter, ich mache jetzt noch einen auf. So, Leute, ich gehe jetzt in die Mitte fahren und ich muss jetzt heute ein für Trotz um zerstören, obwohl ich einfach gar nichts habe, Leute. Ja, ich schaffe, Leute. Junge, Safe-Hands, das schafft, Alter. Ich bin... Ja, Mann, gut so. Oha, geh da runter, Alter. Warte, ich brauche sie mal ganz kurz runter, Alfa. Ey. Ich brauche sie mal zu dir. Oha. Oha, du bist einfach runtergefallen. Oha, Junge. Ich bin pleite. Was, du bist pleite, Alter? Obwohl du die reiche Base hast, bist du pleite, oder was? Ich könnte Shade craften, wenn ich will, Ente. Nein, bitte, Alter. Bitte kein Shade, Junge. Bitte, Alter. Ich mache nichts, Ente, wenn du nichts magst. Hey, ich mache auch nichts, Alter. Hey, geh da weg, Alfa. Ich mache doch nichts. Lass mich fahren, Junge. Oha, ich habe Brains mit der Spitzhacke. Warte. Oh, oh, Alter. Warte mal. Ich kann deine Shade-Base einfach abbauen. Hey. Oha, warte mal. Ich brauche einfach mal deine Base ab. Du irrenlos. Ja, okay. Ich höre auf, Alter. Ich habe deine halbe Base einfach abgebaut, Junge. Oha, warte mal. Ich kann ja weitermachen, Alter. Warte mal, das sind deine Farben. Siehst du, wie deine Base schon kaputt ist, Alter? Ja, du hast alles kaputt gemacht, Junge. Was geht? Ja, man hat jetzt noch so länger die Witte, Alter. Hä, was? Dafür musst du bezahlen, Mann. Hä, was hast du bezahlen, Alter? Weiß nicht. Denk nicht, Alter. Alter, ich mache dich fertig heute. Warte mal. Äh, einfach. Ich habe dich fertig. Ciao. Nice. So, jetzt habe ich genug Arons, Leute. Jetzt gehe ich zurück in meine Base, Alter. Ich lasse dir die Mitte. Danke, du bist so nett, Alter. Ey, Junge, Alter. Du hast so viel Zeug einfach mit deiner Base. Aber die Range-Zeug, Alter. Der Petros-Haki-Block hat mich so gerettet, Leute. Warum hast du denn? Der ist im OP. Ja, der ist schon voll stark. Hä? Nein, der ist nicht OP eigentlich. Doch, ist der. Nein, Mann. So, warte. Ich kaufe jetzt Juno ein. So, Petros. Ja, Mann, Alter. Ich habe so viele. Nein. Nein. Oha. Warte, ich bin in der Falle. Wie komme ich hier raus? Nein. Nein. Bitte, wie komme ich aus der Falle raus? Einfach Hilfe, bitte. Nö. Bitte, Alter. Nein. Wie melde ich dir? Junge, wie schaffe ich das hier raus? Es geht nicht, Alter. Warte. Hier. Nein. Einmal Brötchen. Nein, ich bin in der Falle draufgegangen, Alter. Ich bin arm. Ich habe gar nichts mehr, Leute. Ich bin arm, Alter. Ist die Spitzsacke weg? Nein, ich habe meine Spitzsack. Ja, die OP-Spitzsack ist einfach weg, Alter. Junge, Alfa, hast du was für dich? Jetzt wirst du bezahlen. Nein, bitte. Alfa, bitte gib mir was ab. Bitte spende mir was. Jetzt wirst du bezahlen. Bitte, Bro, Alter. Bitte. Du arm, Alter. Du hast mein ganzes Witzelstück. Ey, was? Ey, Aua. Junge, bitte gib mir was ab, Alfa. Bitte spende mir was. Ich habe noch so viel Wut in mir drin. Vielleicht finde ich dir gleich was. Junge, ich habe eine arme Base. Guck doch meine Base an, Alter. Ich habe gerade umher viel Wut. Guck mal, guck mal. Ich habe mich kaputt gemacht, Alter. Junge, ich habe keinen Käse, Alter. Alter, bitte, Alfa, bitte. Ich bin arm. Bitte gib mir was ab. Oha. Jo, was ist da passiert? Alter. Die ist jetzt auch kaputt. Nein, die ist auch voll zerstört wegen dir. Alter, jetzt musst du mir eine Schädigung zahlen. Okay, mach ich. Junge, Alter, hier sind meine Silberfische. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Ja, bitte gib mir welche ab. Alter, hier sind so viele Silberfische. Die greifen mich alle an, Alter. Was wollt ihr unter Stress oder was hat die? Ich klatsche. Ich mache es schon, Alter. Komm her. Hallo, ich komme zur Mitte. Ich schenke dir was. Ja, warte, ich komme. Warte, ich komme mit einer Perle. Ja, meine Lucky Blöcke liegt ja noch. Ey, was geht? Ey, ich gebe dir alles hier. Ja, gib mir her, bitte. Bitte schön. Oha, Alter, 55 Stück, Junge, Alter. Ist das viel für dich? Ja, Junge, das ist viel. Wie machst du, wenn ich brauche noch was zu fahren? Nice, wenn das viel für dich ist, ist okay. Ich habe ein paar Iron-Blocke bekommen, deswegen. Junge, Alter, ey. Alfa, mein Villager ist einfach weg. Junge, der ist weg. Siehst du den noch? Nee, doch, ich sehe den. Was? Alter, Alter, ja, was geht's? So, jetzt muss ich hier einkaufen, Leute. Danke für die Emirates, Alter. Danke für die Spende, Bro. Bitte, für Arme, Leute, spende ich gerne. Junge, ich habe einfach kein Geld, Leute. Ich muss heute einfach, wie gesagt, mit der Arme Base zurechtkommen, Leute. Wir haben jetzt mega viele Bad Worts. Bitte, bitte rettet mich. Ich muss einfach heute besiegen, Alter. Wenn er sich Shadecraft hat, bin ich weg. Nee, du musst mich besiegen. Hä, was? Ich mache die Hütte fertig, Alter. Wirklich? Warum? Ja, Mann, hä? Weil ich Profi bin, Alter. Guck mal nach oben. Hä, was? Willst du mich wirklich besiegen, oder? Nein, bitte einfach. Bitte. Bitte geh, Alter. Bitte am Planen. Ich habe eine Spende für dich. Hä? Ich schmeiße jetzt was runter hier. Was, was für Spende? Ja, doch, eine. Oha, Alter. Emeralds für mich. 39 Stück, Alter. Wie nice. Danke, Bro. Bitte, Bro. Oha, aber wie viele, Alter. Woher hast du die alle? Mit meiner Glücksspinze abgebaut. Junge, Alter. Du bist so nice. Danke dir. Was ist heute los mit dir? Warum bist du so lieb? Weißt du, Alter. Mir geht es ja immer gut momentan im Leben, muss ich sagen. Ich kann mir alles leisten, was ich will. Junge, das ist so viel Cash hier. Ja, du meinst. Oha, warte. Jetzt habe ich gutes Zeug. Ich glaube, jetzt kann ich dich vielleicht sogar fast besiegen damit. Das musst du nicht, Ente. Doch, Alter. Ich mache dich fertig, Junge. Du musst mich nicht besiegen. Wirklich. Alter, ich besiege dich. Denk nicht, Alter. Niemals. Jo, ich mache dich heute echt fertig. Du wirst es so sehen, Alter. Ich bin wirklich zu OP heute. Wirklich. Hä, was hast du alles schon? Hast du Shade? Hast du das? Ente. Ich kann nicht mehr da drüber reingehen. Alter. Hä? Wieso bin ich gerade draufgegangen? Alter, ich bin euch auch untergefallen. Alter, was hast du gemacht, Junge? Du bist jetzt explodiert wegen meinem Lucky Block. Alter, wenn wir den Tast jetzt wirklich weg. Hä, was? Alter, nein. Hör auf, Junge. Nein. Bitte. Bitte ab Gnade. Bitte, Alter. Bitte. Eifer. Ich habe auch jetzt Rage. Nein. Alter, ich bin down, Leute. Ich glaube, das lassen wir. Ich hoffe, es geht hier. Kommt raus. Oh, Everance, Alter. Nice. Nein. Oh, Alter, Junge. Gönn doch bitte, Alfa. Ich bin so armer, Mann. Ich brauche gerade deine Kiste ab. Deine Kiste ist ab, Ente. Nein, meine Kiste ist ab, bitte. Ich bin locker für dich. Oh, Alter. Hä? Äh, Alter. Nein. Oha. Nein, der bringt mir, glaube ich. Obwohl, was? Ey, das ist für dein Team. Hä? Gar nichts, Alter. Warte mal. Wirklich, was wir teilen, mein Bro? Hä? Nein. Oh, du bist jetzt unbesiegbar, glaube ich. Ja, warte, Alter. Ich bin stark, Alter. Aber ich habe keine Waffe, Alter. Nein. Ich muss das Kill machen, Alter. Nein, mein Bett, Alter. Nein, mein Bett ist ab, Leute. Okay, ich glaube, ich habe es nicht geschafft, mit meiner Armbäst gegen die reiche Beste und Eifer zu gewinnen, Leute. Ich habe es leider nicht gepackt, aber ich muss den Gnade. Ja, da ist Hoffnung. Versuch, ich gucke zu. Komm, bitte irgendwas, bitte. Irgendwas Gutes. Bitte. Leute. Ist das 10 Team, oder? Irgendeine Rettung. Hä? Bitte irgendeine Rettung, oder so. Bitte irgendwas Gutes aus dem Brunnen. Bitte. Gönn mir doch, bitte, Alter. Hey, die geht nicht mal auf, Alter. Hä? Scammerbrunnen. Jo, was ist denn das für Scamdinger, Alter? Das geht einfach gar nicht. Leute. Alter, wer weiß, was es bedeutet. Hä? Was denn? Ich habe ja auch mal 10 Team, okay? Nein. Hey, wo bist du? Ey. Nein, hör auf. Bitte einfach. Nein, hör auf. Nein, Alter. Das war's mit dir. Denkt es, Alter. Lasst Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es wird wieder vorbei beim nächsten Mal. Tschüss. Nein.